Klicken Sie auf Link in der Beschreibung unten für die besten Disho und Dies ist die Überprüfung der Multigyn Femivas, ein 100ml Produkt. Kundenrezensionen Hilfreichste Kundenrezensionen 3 von 3 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich. Absolut empfehlenswert. Von Anja Auer Ich bin ja eigentlich sehr misstrauisch was Intimlutions anbelangt, da es ja immer heißt, man soll da unten nicht viel rumschmieren mir irgendwelchen Produkten, habe leider auch schon die Erfahrung gemacht, dass Intimwaschlutions mehr Schaden angerichtet haben als mir das Gefühl zu geben gereinigt zu sein. Da ich aber bis vor kurzem chronisch Blasenentzündung hatte, sieben Jahre lang alle zwei Wochen, und durch die Einnahme von Antibiotika meine ganze Scheidenflora komplett zerstört war hat mir einer der unzähligen Docks, die ich aufgesucht habe, das Multigyn Actical empfohlen, um die Flora wieder aufzubauen, auch ein absolut empfehlenswertes Produkt, für alle Ladiers, die mit Pilzen, Bakterien jeglicher Art oder einfach Unwohlsein zu kämpfen haben. Zusätzlich meinte er dann auch noch, ich soll dieses für mich was ausprobieren, um mich persönlich einfach wieder etwas sauberer zu fühlen. Habe zwar lange gezögert, aber mich schlussendlich auch zu diesem Kauf entschieden. Und ich muss zugeben, ich bin total begeistert. Der Schaum ist komplett geruchsfrei, sanft aufzutragen und herrlich erfrischend zugleich. Meine Haut ist nach dem Rasieren seither auch viel weniger gereizt als zuvor. Also, Femiwas und Actical sind wirklich wärmstens zu empfehlen. Vier von vier Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich. Super! Von Ja. Ich bin sehr zufrieden damit. Seitdem ich es täglich benutze fühle ich mich rundum wohl. Hatte öfters während meiner Periode ein leichtes gereiztes brennendes Gefühl, das habe ich nun nicht mehr gleich. Drei von drei Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich. Wunderbar! Von Lu Anders als bei zum Beispiel Intimaliassan, sind in dieser Waschlotion Milchsäurebakterien dabei. Man wäscht also nicht nur, sondern bereichert die Flora unten mit hilfreichen Kulturen. Es wird etwas warm, wenn man es aufträgt unter der Dusche. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein? Wie auch immer, ich fühle mich wohl mit dem Schaum. Und es reicht wirklich eine Walnussgrosse Portion rauszudrücken. All 36 Kunden Rezensionen anzeigen Produktbeschreibung Für die sanfte Intimhygiene Intimrasur Für die sanfte Intimhygiene Intimrasur Ohne Seife, ohne Parfüm, ohne Paraffin Milder, seifenfreier Mikroschaum mit Milchsäure Sehr gut geeignet für trockene und empfindliche Haut Beugt Juckreiz Vor unterstützt die natürliche Hautflora im Intimbereich auch als Rasierschaum für eine sanfte Intimrasur Featuris BZN, 4952660 Punkt Sie können den Rest der Produktfotos über den Link in der Beschreibung zu sehen. Danke, dass Sie sich dieses Video «kä home» K minuter in der Beschreibung zu sehen. Das sind Thomas cream,usal coolтер Vielen Dank. 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 Vielen Dank.